Hasta la bon, Doppelreis Muchachos, die Nüsse sind poliert und herzlich willkommen zurück zu dieser mega geilen Runde. Rainbow Six Siege, rankt unterwegs heute auf Oregon zusammen mit dem knackigen Nugget, hallöchen. What's poppin', was geht? Ich grüße euch alle. What's poppin'? Ich spiele hier Doc Kids Bedroom, gehen wir. Muchachos, kleiner Tipp für euch, ich habe das gerade eben Nugget erzählt. Das gibt es schon immer, ich wusste es auch nicht, bis irgendwann diese Woche habe ich irgendwo ein Lifehack-Video gelesen. Nehmt mal euer Handy zur Hand, öffnet irgendeine App, wo ihr was schreiben könnt und dann schreibt ein paar Worte. Und dann, wenn ihr was geschrieben habt, dann haltet ihr die Leertaste gedrückt und bewegt euren Daumen mal ein bisschen. Das könnte euch helfen, wenn ihr das nächste Mal euch vertippt habt. Just als kleiner Tipp, gab es schon immer. Ich habe das Nugget gerade auch schon berichtet, wie gesagt, und der kann das auch noch nicht. Ich habe davon auch vorher noch nie was gehört. Ich kann das wirklich auch noch nicht, Leute. Also ich habe noch nicht gedacht. Ist eine ganz nice Sache. Hier können wir später nacken, Muchachos. Bei den Losers gibt es die nützlichsten Informationen. Checkt gerne die Beschreibung aus. Achso, halt, Job. BORN RICE! Checkt gerne die Beschreibung aus für den Link zu Nugget als erstes. Gerne abchecken. Außerdem auch zu unserem Partner, Instant Gaming und Triebwerk. Da bekommt ihr einen nice Scheiß und könnt euch damit supporten. Gerne auch noch vorbeichecken. Und dann natürlich auch Link zu Twitch. Ich bin zurzeit ein bisschen seltener am Streamen, weil wir gerade viel um die Ohren haben. Mit Studium und sowas wieder. Aber so, ich denke mal, spätestens zwei Wochen soll es wieder eingepanelt haben. Und dann gibt es auch wieder vier, fünf Livestreams die Woche. Also würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Dankeschön. So, und jetzt ist das hier wieder so eine richtige Marvin-Rotation, wo man nicht durchrollen kann. Wo man es eilig hat. Ich liebe es. Ich bin gleich tot. Warum? Da bist du. Ich habe gerade die Drohne verarscht. Wo kommen die? Main entrance. An der anderen Seite. Warum ist das unter anderem verarscht? Weil jemand nicht so smart ist. Ich würde sagen, dass ich das. Ja, ja. Kam die Steuers hoch? Die Drohne. Eine Kuchen. Kuchen ist einer. Mh Wie ist es bei dir aus? Schlafzimmer ist noch clear Da sind gar keine drin im Schlafzimmer oder was? Nee, Schlafzimmer ist clear, kommt nicht Der Versammlungshalle ist gerade oder was? Von downstairs Die Fission Die Fission Die Fission Die Fission Hier kommt wer Kapitao down Kapitao down Mit C4 Schade Schade Aber Ich hab mir die Bonuspunkte durch die Heels geholt Ja Haben wir schön verteidigt GG Oh, der hat den geilen Skin aus dem Battle Pass Den will ich auch noch haben eigentlich Aber ich glaube ich schaff's nicht Ähm Nehme ich Bandit mit Um die Wände ein bisschen zuzuhalten Thatcher ist ja gebannt Jo 1, 1, 1, 1, 1 1 Perfekte Verteilung im Match So muss es sein Ich hab mich auch eiskalt mit den Heels auf dich Auf'n MVP-Platz geschmuggelt Hahaha Hahaha Ja gut Mach ich mit Schatte Mach ich Sneaky Möwe unterwegs, Alter Gibt's so einen leisen Spot Um Hier den Bunker zu verteidigen Oh Hm Du musst ein Schild hinstellen Hier Nicht hier in die Tür Sondern hier An den Fassern Mhm Und dann kannst du von hier aus schön So Den hier machen, verteidigen Hochkommen, wegholen Und dann muss noch einer hier stehen An dem Pfosten und auf Stairs verteidigen Und dann hast du dann Richtig geile Richtig geile Death für die Seite Aber Die haben kein Schild hier Hätte ich mal mal für spielen müssen Vielleicht nächstes Mal Oh, hier ist nicht reinforced Dann mach ich das mal eben Oh Du kannst nur Du kannst nur fragen, mich zu weg Gehen Alle drei da Da ist noch einer, oder? Bin ich Sieht nicht so aus To ride Legion Nomad ist da Im Bunker Ja Leider Der Legion hat mich auf 40% runtergescheppert Mit einer Contact Net Wo ist der? Oho Stairs Und Bunker Aber ist der? Stairs hat ab Von Fridge vielleicht Ja Ja Nomad habe ich Es lebt noch Twitch glaube ich Ja Nice Nice Danke Nugget Deine Explosion hat mich Aufmerksam gemacht auf das Loch Eigentlich wollte ich gerade Richtung Stairs wegaimen Hätte ich immer noch sterben können He 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 Leck noch was Nütziges getan Echt so? Eine gute Tat So, dann haue ich eine Cam hin, Steadicam, ich glaube hier ist nicht so gut, weil die können sie leicht entfernen, deswegen scheppere ich sie hier glaube ich an die Wand, hier müssen sie sich ziemlich exposen, um mich zu hören, sehr schön, nehme ich. Jetzt unter die Garage, sehen tue ich hier leider nix, gut Action, aber sind glaube ich alle über den Bunker reingegangen, Small Tower, at least one, Small Tower or Big Tower? Small. Small. 1 MP Power. Defeat. Die brechen hier. Nice. Ich will nicht explodieren. Oh, schon drin. Taitei. Sie sind bereits in B. Run. Run. Die brechen hier. Run. Ich gehe klein. War das letzte Mal Maverick schon in B? Ja, wir haben den Diffusor. Okay. Ich denke, ich höre ihn in B. GG. Ha! 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 Ich habe leider nicht ein einziges Mal meinen Heal benutzt. Und deswegen mein MVP-Platz verloren. Oh, oh, oh. Ich meine, der hat ja auch zwei Assists mehr. Es ist ja schon verdient von ihm. So, wichtig ist, dass sie jetzt oben sind. Und dann würde ich meine Drohne schon direkt in den Big Tower stellen, damit wir erstmal safe reingehen können. Und? Sieht so aus, als wären sie oben, ne? Jawohl, Meister! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Aber die Drohne ist perfekt. Oh, Construction, Construction, Construction! Ja! Hier eigentlich wäre es jetzt besser, Ace ist glaube ich auch hier, ne? Ace wäre besser gewesen, wäre Ace in Bedroom angegriffen. Ich bin da durchgebreached. Um ein bisschen für Ablenkung zu sorgen. Ok, Tower ist clear. So. Ok. Gut! Digga, ich hab noch, während ich's aufgemacht hab, gedacht, kann ich einfach so, kann ich von der Seite vielleicht besser da rangehen? Und tot. Ich glaube, es war ein ziemlich unnötiger Tod. Schade. Schade, schade, schade! Aber ist okay, jetzt haben sie oben gewonnen. Müssen wir unten angreifen. Die werden nach unten gehen, oder? Ja, ich denk schon. Ich denk schon. Ok, du machst Termite. Da gibt's ja immer noch Hedges in Meeting Hall, ne? Ich meine ja. Ja. Dann wär's vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich Himana mitnehme. Falls was passiert oder so. Und die Hedges aufmache. Ja, also erstmal werde ich für die Hedges, aber wenn du stirbst, kann ich natürlich dann auch in den Bunker breachen. Oh, wir haben sogar noch einen Breach dabei. Ja! Gut, lass mal sehen, wo das hinführt. Ok, die machen die Hedges hier in Meeting Hall zu. Ist da nur noch eine? Also es ist immer noch zwei. Ne, hier ist keiner mehr. Ist nur noch eine Hedges in Meeting Hall. Ok. Und dann glaube ich noch die hier. Ja, wird auch überall zugemacht. Die Spiel ist glaube ich relativ defensiv. Ich habe jetzt keinen Roamer oben gesehen. Ne, die haben mir auch nicht zugemacht, Alter. Wie. Nein. Das sind zu. Da ist auch nichts. Hallway is clear, Ash. Reinforced over here. And Meeting Hall is clear, too. Oh. Äh. Hedges, hedges, hedges. Hedges, hedges. Ok, ich join hier kurz runter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Shit, shit. Fridge is clear. Ash, Ash. Left side, left side, left side. Oh, 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 oh. Oh, shit. Nein. Ey, dieses Timing. Ja, er hat die Action mit Kite gerade. Nice. Nein. 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 Oh, nice. Oh. Alter, letzte Sekunde. Letzte Sekunde. Oh. Junge, Junge, Junge. Das war, by the way, gerade eine Waffentarnung auf dem Acedorf, die mega nice aussah. Mit diesem grünen Skin, den habe ich auch für die AK. Und dieser lila Tarnung aus dem Battle Pass. Sieht richtig geil aus. Ist auch beides so Metallic-Farbe. Sehr nice. Leider letzte beide Runden nichts mehr gemacht. Ich habe immerhin gerade noch alle Hedges geöffnet. Aber unluckig gestorben. Ansonsten war es trotzdem eine sehr geile Runde. Auch ein schönes Team. Grüße gehen raus, falls uns da irgendwer kennt. Und dann gibt es jetzt noch einen Alpha Pack. 11 Prozent. Nein, leider nicht. Oh, Battle Pass läuft noch. 40 Prozent endlich. Uh, Nugget hat eins. Muchachos, wenn es euch gefallen hat, scheppert die Daumen nach oben. Und dann checkt die Beschreibung raus. Bis zum nächsten Mal reingehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.